Jo, dann würde ich sagen, der Dale verabschiedet sich für heute, ich mach dann alleine weiter. Ja, du wirst lachen, also wenn die Updates kommen, während du zockst, bevor du, also wenn du dann fertig bist und willst eine neue Mission starten, ich bin da, kannst du ihn anladen. Du willst eine neue Mission starten, dann sag der dir, geht nicht, bitte erst Updates laden. Das heißt, du musst dann wirklich aus dem Spiel raus und, ja, so, warte, ich muss ja erst mal wieder hier auf die Venus klicke, wa? Sonst geht das nicht. So, jetzt geht das. So, da ist der Salur. So, dann gehen wir auf die, auf die Vespa, würde ich sagen, um den Strang zur Erde weiter zu klicken. Spionage. Spionisieren. Schauen wir mal. Ja, man muss ja auch sagen, da ist noch eine Open Beta, da darf auch mal was abstürzen und mal eine Verbindung getrennt werden und so weiter. Ja, gut, ich denke mal eben die Verbindung, das lag definitiv an mir. Da hatte ich definitiv kein, kein Internet mehr. Aber, für ein kostenloses Spiel kann ich das absolut nur jedem empfehlen. Das ist wohl wahr. Das sieht ja genauso aus wie eben, oder habe ich jetzt Simulation? Der Landepunkt ist immer der gleiche, ja. Ach, ich gehe nochmal, ich habe da so einen Verdacht. Wir gehen aber in eine andere Tür rein, diesmal. Ja, ja. Verdammt, hier ist nichts drin. Ja, ich wollte nur mal gucken, ob hier in den, in den großen Containern irgendwas drin steht. Das ist ja alles mitnehmen, was man kriegen kann, ne? Was ist das redend? Halt, blaue Kugel. Meiner. Wo ist er denn geschossen? Er ist doch da. Ja. Ach so, äh, sterb doch, du. Reicht doch mal den Löffel, verdammt. Töte 30 Gegner mit dem Gewehr, habe ich gerade gestiegen gehabt. Äh, keine Ahnung. Ist das eine extra Aufgabe, irgendwie sowas? Da mache ich jetzt mal. Warum geht denn jetzt hier der Laser nicht aus? Ist doch weggepustet. Nee? Ich konnte durchlaufen. Nee, weil müsste der Laser noch da. Jetzt ist er weg, ne? Ja, jetzt ist er weg. Ich habe schon vier Gegner, ich muss noch 26 Gegner mit dem Gewehr töten. Lass mich das mal schaffen. Nee, nix da. Ja, aber das ist ein Bonus vielleicht. Ja, mach du die Kollegen klein. Ich kümmere mich hier um die Container. Ja, mach mal doch mal so. Jam, 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 jam. Und ich muss nachladen. Ja, jetzt bist du selber schuld. 8 habe ich. Mach dir mal. 9. Ich nehme Schaden, 10. 11. Wenn man eine rote Kugel siehst, kannst du mit ihm mal heben. Ja, ja, die hätte ich auch gerne. Weil mein Schild gerade weg war. Ja. Ja, mein Schild war auch weg. Mein Gott, wie wir sind denn hier, ne? Blaue Kugel, blaue Kugel, blaue Kugel. 13 habe ich, 13 habe ich. Oh nein, Nachlagen. 14 habe ich, 14. Ja, ich muss hier mal mit aufräumen, ey. Ich brauche mich hier weg, rotzen zu lassen. In hinten kommt noch einer scheiß Arsch, doch ey. Ja, jetzt nicht mehr. Ja, hier werden noch mehr Gegner, komm mal. Schau, noch 24 Gegner. Da gehe ich mal von aus. Was? Wo ist denn jetzt hier? Hier ist ein Lebenspunkt, aber da ist noch einer. Zack. Da tötet mir den Gegner vor der Nase weg, ey. Da ist eine blaue Kugel, aber keine rote. Hier ist auch eine blaue Kugel, sehr schön. Und hoch? Hm? Nö. Ich habe es nur mal probiert, auch mal. Guten Tag. Ja, ich würde es nur gerne schaffen, halt wie gesagt, weil es da... Ja, mein Gott, wir werden noch mehr Gegner kommen. Stell dich mal nicht so mem-haft an, hier. 15 Gegner. So, die Hälfte habe ich. Ich werde jetzt alle Gegner vor der Nase wegnehmen. Alles meine. Ja, so bist du, das ist das Problem. Ja, so mache ich das jetzt auch, du musst jetzt sehen. Alles meine. Eine rote Kugel. Tatsachlich. Na, ich rufe den Aufzug mal. Guck, guck. Ach so, Aufzug. Oh, kommt der andere Kollege mit? Ach, der ist schon unten, der ist runtergesprungen, denke ich. Jo, da ist er. Und wieder Schränkchen. Sehr schön. Bist du noch da? Hallo. Bist du noch da, Christoph? Ja, ich höre dich noch. Hörst du mich noch? Hm. Das scheint heute nicht... ...der Tag zu werden. Ja. Oder so. Also irgendwie scheint heute meinen Router nicht mitzuspielen. Das gefällt mir aber gar nicht. Das ist ja blöde hier. Ja. Wollen wir mal gucken. Bist du noch da? Ich hatte ja trotzdem rausgeflogen. Du hast gesagt. Ja, ich bin hier auch irgendwie jetzt wieder alleine. Aber ich denke mal, da liegt jetzt definitiv an meinem Internet hier. Wieso, was auch immer jetzt hier das Problem ist. Aber ist ja schön, dass man die Schwingung schon mal wieder hört. Ich bin noch im Spiel drin, ja. Verdammt. Da hätte ich bestimmt den Mega-Bonus bekommen. Na, verdammt, blödes Ding. Geh doch mal drauf. Bist du denn noch im Spiel drin? Ich bin noch im Spiel drin, ja. Aber alleine, also alleine werde ich das sowieso nicht schaffen. Ja, sonst komme ich hier raus und komme wieder zu dir. Äh, ja, du kannst Sitzung beitreten machen, ne? Ja, ich habe 18 Gegner. Das geht doch noch. 19. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, die du mal machen könntest. Ich habe jetzt 22 Gegner. Ich wollte halt gerade mal probieren, was passiert. Ja, ich habe hier noch ungefähr 30 Gegner vor mir. Die werde ich nie im Leben überleben. Aber wenn ich jetzt hier rausgehe, ist das vielleicht weg? Ja, klar ist das weg. So, sieben Gegner. Verdammt nochmal. Schickt aber auch keine neuen Leute da mit rein hier. Lasst mich doch in Ruhe. Oh, verdammt, jetzt kommt da der Schild von hinten, ey. Ist da nicht normal, ey. Lasst mich in Ruhe da hinten. Nix da. Mein Gott, das hört ja gar nicht mehr auf hier. Bleibt mal alles schön da draußen. Verdammt, Mist, ey. Die Landschaft hier ist aber was schön, also. Scheiß auf die Landschaft, hau rein hier. Ja, ich will doch sieben, die weg. Wir sind keine Gegner. Du musst ja auch die Missionen fertig kriegen, da. Na egal, wie viel kommen denn da noch. Ja, das habe ich gleich schon, das ist hier erledigt. Aber was willst du denn? Lässt du das bleiben? PwP, du kannst du dann in der Vergangenheit nicht davonlaufen, da kommst du ein rotes Monster. Und jetzt flackert hier alles, ey, das ist wie Dead Space, ich habe Angst. Ne, der ist voll blutig, der Typ, und alles gewackelt. Ich weiß es nicht. Scheint heute nicht der Tag meines Rooters zu sein. Oder die spielen wieder am Internet hier. Wäre ja auch nichts Neues. Ach, ja sei Dank. Bei mir ist etnisch ein neuer Kollege dabei. Deine Strafe ist so tot, sagt der zu mir, ne? Ich habe etnisch wieder neuer Kollege dabei bekommen, ja. Hier ist ein Stalker, was ist das für ein Arschloch? Hier ist ein Stalker. Ah, und noch einer. Jetzt sei Dank, ey. Ja, jetzt sind wir zu zweit. Ich gebe auch und komme bei dir rein. Ja, muss ich beeilen, wir sind schon zu dritt. Ja. Äh, was mache ich? Ich bin mit dem Missionsabbruch, ne? Ja, musst du auch. Missionsabbruch, dann musst du direkt... Ja, ich bin gestorben. Dabei mit dem Stalker habe ich platt gemacht. Wie komme ich jetzt bei dir rein? Äh, du gehst, wenn du auf, äh, ähm... Du klickst auf meinen Namen bei Kontakte genannt. Ja, hab ich schon. 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 Ja, da bist du doch. Steh. Ne, oder? Ne, ich glaube, das darfst du nicht. Jetzt reicht es mir, aber es ist ja aber Ende in mir Linde hier. Ja. Ja, du kriegst schon mal einen vorgebrezelt. Ja, du kriegst schon mal einen vorgebrezelt. Na, hier war ich gerade auch schon, das ist völlig dasselbe runter. Da kommt gleich so ein Stalker-Typ, so ein Roter, der macht dich platt. Der macht dich platt. Nein, den krieg mal hin. Ich mach mal hier das Türchen auf. So. Türe auf. Gucken, ob wir hier noch eine blaue Kugel mitnehmen können. Ne, ich bin voll. Warte, müssen wir nach unten, oder wie, oder wer, oder was? Ich hab hier gerade auch so ein System umgegangen, oder sowas. Ich glaub, wir müssen wieder zurück. Nicht nach unten. Doch, 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 nach unten. Ich hab die Kiste vergessen. Erfahrung 100. Aua, aua, aua. Lass was bleiben. Ja. Hackt der das Ding jetzt hier, oder macht der da? Ne, du kannst hier raus. Das ist da, wo ich eben war. Ne, ne, du musst hier schon die Dinger neben hier. Er hat das Ding jetzt hier gehackt und lässt das Teil liegen. Das funktioniert natürlich nicht. Ich muss ja hier diesen Datenknoten da mitnehmen. Ha, er hat eine Mod fallen lassen hier bei mir. Bist du noch da? Ja, ich bin auf dem Weg zurück. Stahlfasern, oder sowas, was ist das? Ja, das war hier wohl dann. Oh, da ist noch eine Mod gefallen da hinten. Hab ich gesehen. Auch innen drin? Oder draußen? Ne, ne, draußen. Auf dem Wasser. Ich markier die gleich. Oh, markiert. Ah, da. Okay. Danke. Wie, ne? Steht da. Oh, schön ins Gesicht. Geh ich fast nur. Ach, der Container ist offen. Ach, das ist ja noch einer. Ist ja auch offen. Ich komme. Neee. Was, wo ist er da? Ja. Ja, der Bulle macht euch da schon. Ja. Ja, Jungs, wir müssen den Kern auch mitnehmen, nicht nur hacken. Kann mal einer zurückkommen von euch. Das funktioniert natürlich nicht. Wie musst du denn? Ja. Ja, zu dem Exist, was der hier anzeigt. Den Kern muss einer mitnehmen da. Toll, ich muss den jetzt steppen, Jan. Ja. Er hat den jetzt so schön gehackt, aber wenn der Teil nicht mitnimmt, dann ist das schlecht. Jetzt kommt der aber gar nicht dieser rote Typ von eben. Ich bin eben von so einem roten Typen. Stalker hieß der. Der hat auch mal einen Namen gesagt und so, deine Strafe ist der tot oder sowas. Schild mal wieder aufladen. Ich hab die Mods fallen lassen, da glaube ich, das Ding. Kann ich ja wieder aufheben. Ja, mit X, ganz normal mit X halt drücken. Wieso, wie schießt denn hier von hinten? Sah nur so aus. Ich konnte nachladen. Ich konnte doch wieder mit den 30 Gegnern. Ja. Hast du das wieder? Versteckt der Kerl sich da hinten, ne? Wenn man die Mod nimmt, hat man nur die Pistole, ne? Ja, ja, hast du nur die Sekundärwaffe. Sonst nimm du die mal mit. Ich hab doch selber eine. Ach so. Wir müssen doch zwei oder drei Kerne gleichzeitig schleppen hier. Sonst hätte ich ja nicht eben gesagt, komm mal zurück. Der hat eine Mods fallen lassen hier. Ja, ich hab... Gustav. Da fällt ja gar nicht mehr auf mit den Leuten da. Ich weiß ja nicht, wo bei dir der Wegepunkt war, aber... Den hat sich auf den Boden gemacht, da. Ja, ja. Irgendwohin, genau. Du musst den schon da machen, wo die Mod ist. Ja, die ist da rausgefallen. Ich erschieß jetzt mit der Pistole und krieg trotzdem die Kills aufs Gewehr oder das. Ja. Dann kann ich mir weiter fallen. Ah, der hat auch eine Mod fallen lassen da hinten. Verdammt, jetzt macht den doch kalt. So, hier liegt wieder eine Mod. Ja, hab ich gesehen. Danke. Impulsionskern, toll. Ja, Impulsionskern ist ein gut. Hier, die Schöne an der Mod unten drunter.